Hallo und willkommen herzlich sogar zu der neuen Rundschau hier wieder mal bei Siedler Online und wir haben hier jetzt das Viertelfinale immer noch vor uns, es ist immer noch das Fußball Event und wir haben viel 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 natürlich zu tun, müssen viel machen hier und natürlich sollten wir auch unsere kleine Rundschau hier wieder machen, das ist ja logisch, dass wir auch unsere freundlichen Mitunterstützer hier besuchen und das werde ich auch gleich, nachdem ich hier die ersten Forschungsreisen wieder eingestellt habe, werde ich das sofort in Auftrag geben, dass hier auch ein wenig was Produktives geschafft wird, also dass wir ein bisschen rumlaufen und uns wirklich auch was angucken. So, legen wir damit los, bevor wir hier die Viertelfinals machen, nämlich schauen wir mal bei denen vorbei, die immer fleißig mitwirken und mit dabei sind, natürlich logischerweise, Draxada ist einer von ihnen, ist nach wie vor Level 43 und mit am besten aufgestellt, hat hier, wir sehen immer noch seine riesige Armee an Häusern, naja gut, eine Armee an Häusern ist es nicht, ist aber eher eine große Siedlung. Hier sein Eisenerzvorkommen, oh, die sogar hier, aha, mit einer doppelten Eisenfundgrube wurden die hervorgerufen, interessant und hier oben natürlich, wir kennen ja seine ganze Schmelzprozedur, die hier oben auch sich rumverdingst, verbumenst, wie auch immer, rumgesellt. Ja, hier seine ganzen Holzfäller, ziemlich viel dabei, sehr schön, Lagerhausstufe 4, auch hier die ganzen Vorkommen wunderbar, alles miteinander so verstrickt. Sieht sehr gut aus, oh, 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 guck, ja hier unten, oh, das habe ich ja ganz übersehen, hier sind ja so schöne, oh, da müssen wir gleich nochmal zurück, da muss ich gleich nochmal zurück, hier sind ja so schöne Bootshäuser noch, das hat wohl irgendwas mit den Piraten zu tun, gefühlt, oder hat die, der God of Dragons auch, sehe ich hier zumindest noch nicht. Oh, ich sehe auf jeden Fall ganz viele abgeerntete Felder, da muss er mal ein bisschen was auffrischen, hier sind die prachtvollen Wohnhäuser, die sind sowieso richtig stark, dass da solche riesigen Häuser da stehen hat, dann hier seine ganzen Schlösser, die kennen wir auch schon. Das verbesserte Lagerhaus wird gerade auf Stufe 5 anscheinend hoch gewertet, hier sein Kloster und seine Edelholzbaumschule, das sind halt alle Sachen hier, das ist schon das Feinste vom Feinsten, was hier wirklich auch rumsteht, muss man immer wieder so sagen und sieht auch echt gut aus. Prinz Simon in Stufe 32, ist nämlich wieder seit ein paar Tagen aktiv, letztes Mal schon habe ich es auch versäumt, ihn zu besuchen, obwohl er da schon wieder aktiv war, es stand über mich, aber das holen wir jetzt ja alles nach, wir gucken mal, was sich dort tut, was sich dort getan hat in der letzten Zeit und wir sehen auf jeden Fall, es fehlt anscheinend mal wieder ein bisschen an Wasser oder an Getreide und ansonsten, na guck mal, hier liegen noch ein paar Sammelgegenstände rum vom Fußball-Event, zum Beispiel eine Faust, hier hat er seine Häuschen, also er hat sehr viel hier vorne natürlich rum, oh er hat ganz viele Banner hier stehen, ist ja auch sehr schön, rote Farbefernrohre, ein paar Brunnen sind verbraucht und hier die ganzen Felder, also da muss er dann doch mal wieder ein bisschen was auffrischen, aber an sich eigentlich sehr schön, er ist auf jeden Fall beim Fußball-Event mit gut dabei und ja, ich helfe ihm mal kurz hier ein bisschen mit, während wir hier rumgucken, wie sieht es hier mit Truppen aus, da sind leider keine drin und die Räuberlager hat er auch noch nicht alle vernichtet, aber zumindest hier das ein oder andere schon mal geschafft, das ist nicht so schlecht. Da habe ich ja noch einiges mehr zu tun, na wobei, also mehr nicht unbedingt, ich habe auch ein paar Lager noch da stehen, habe auch einige schon fertig gemacht, dann sehen wir hier seine Holzfäderhütten, die sind sogar noch teilweise auf Stufe 1, auch seine Fischerhütte hier, da muss er noch ein bisschen was tun, aber naja, ganz entspannt, ist alles ohne viel Druck und sieht zumindest ganz gut aus hier, also er scheint sich auf jeden Fall auch um das Fußball-Event mit zu kümmern. Ist doch sehr schön, ne? Ja, ich denke mal hier, wenn die Brunnen dann irgendwann auch wieder kommen und aufgewertet werden und wieder neue gebastelt werden, nimmt auch immer noch die Level-1er-Brunnen hier, die kleineren und nicht die großen, die ja vielleicht ganz geschickt werden, wo ein bisschen mehr drin ist, aber mein Gott, ist ja alles nicht so tragisch, kann er mal machen, soll er mal so tun. So, dann Prinz Simon ist durch, gehen wir mal zu Iron Bone, da ist die Karte schon wieder so lange lädt hier, bei Iron Bone hat sie nicht viel getan, wir sehen auch hier noch keine tollen Sammelgegenstände aus dem Fußball-Event, hier immer noch Räuberlager-Mittel aktiv und hier vorne, wo seine Armee hier steht, da ist schon noch einiges, was er tun müsste. So, jetzt ist gerade hier, ne? Mein Maus-Button lädt gerade irgendwas, okay, interessant. Mhm, weiß nicht, was da jetzt geladen wird, ist aber auch bewusst. Wir gehen weiter zu die Wok-Burst und schauen hier uns um. Sehr schön. Ja, laden wir mal die Karte. Also wie gesagt, da tut sich jetzt nicht so viel, denke ich mal, weil auch da nicht so viel Aktivität herrscht und ja, wir schauen dann mal rum, auch hier die Felder alle abgeerntet und noch keine tollen Sammelgegenstände aus dem Fußball-Event, das ist traurig, aber egal, nicht so schlimm. Wir gucken hier weiter, Kartgo, der auch Stufe 27 nach wie vor hat, kommt vielleicht auch mal irgendwann wieder rein, mal gucken. Und dann, ja, jetzt würde es sich noch lohnen, wobei ich glaube, alle Spiele vom Fußball-Event wird man jetzt auch nicht mehr schaffen. Das ist doch ein wenig verwegen zu vermuten, dass das noch alles klappen wird und dass man dann auch alle Rohstoffe auch kriegt für das, was man dort braucht. Aber, nun ja, wer weiß, vielleicht klappt es irgendwie ja. Ja, und ansonsten sehen wir hier sehr schön die ganzen Gebäude und die ganzen Lager, die hier noch rumstehen, die ganzen Räuberlager. Wir gehen noch zu Diamond Winner. Die letzten fünf Leutchens dann lasse ich mal erstmal weg. Da können wir dann irgendwann später vielleicht nochmal reingucken, wenn sich da vielleicht noch was tut. Aber, also ich will natürlich jetzt schauen, ob sich da an den Leveln was getan hat. Aber ansonsten, wenn ihr sehen wollt, wie es bei denen aussieht, dann guckt ihr dann in den alten Videos nochmal rein. Och, wir sehen, hier sind noch Ostereier. Auch schon sehr lange nicht mehr aktiv gewesen. Und in den alten Videos seht ihr dann ja auch, wie es da bei denen ausgesehen hat. Hier sehen wir die fünf Krieger-Elite. Eigentlich ja noch recht neu, aber dann doch ausgestiegen und, naja, ein bisschen schade. Also, ach, zu Draxala wollte ich nochmal, ne? Ja, dann müssen wir nochmal fixen. Die paar Minütchen haben wir auch noch. So, ich wollte nur gucken. Ach, das ist tatsächlich ein Meeresanwesen. Aha, ein Meeranwesen. Okay. Habe ich mir schon fast gedacht. Und ist es dann tatsächlich auch. Sehr schön. Das waren die, die gab es jetzt auch hier bei dem hier. Da konnte man entweder sich ein Meeranwesen holen oder eine Dorfschule. Ich habe mir die Dorfschule geholt, weil die ist einfach wertvoller. Also, wenn man den Preis hier beim Kaufmann betrachtet, ist einfach die Siedlerschule auch ein bisschen teurer und natürlich insofern auch sinnvoller, weil sie produziert Siedler. Und das Siedler-Limit erhöhen kann man ja notfalls auch mit gehobenen Wohnhäusern. Da braucht man jetzt nicht unbedingt so ein Meeranwesen. Das kann man später sonst immer noch sich holen. So, dann werde ich mal hier gucken. Wir werden gleich die Abenteuer starten. Und zwar verbirgt sich das Viertelfinale. Ja, erst ins Viertelfinale. Gehe nicht ins Halbfinale. Das wäre sehr gefährlich. Startbedingungen gewinnen das Achtelfinale. Okay. Sehr gut. Und wir können uns mal hier angucken, was ich alles so habe. Ich habe schon einige Finden jetzt hier. Fouls, Kopfbälle, Pässe, Elfmeter, rote Karten und so weiter. Hier habe ich alles fleißig produziert, damit wir dann auch das Ereignis gleich schaffen können hier. Oh, wir sehen hier, wir können sogar noch ein paar Pässe erstellen. Haha. Und ja, mein Tauschhandel mit Stollen ist leider nicht aufgegangen. Der ist abgelaufen. Also es will einfach mir keiner Stollen verkaufen. Und der andere ist auch noch aktiv hier. Jetzt habe ich mal Fernrohr eingestellt, aber irgendwie hat keiner Lust, irgendwie Stollen loszuwerden. Wollte ich nicht, was da los ist. Naja, egal. Ich werde schon irgendwie überleben. Wir werden uns jetzt hier auf den Weg machen. Padam, 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 padam. Im Viertelfinale. So, neue Quest sehen wir natürlich hier. Es gibt dann 700 EP, das hier alles aus dem Weg zu räumen. Und zwar können wir hier erstmal mit 4 Elfmetern rangehen. Ne, hier 7 Elfmeter für den Herrn. Ja, genau. Und der hier, den schalten wir mit Kopfbällen aus. Weil für Kopfbällen haben wir, meine Gott, da haben wir echt mehr als genügend. So, dann ist der schon mal weg. Ein paar Abwehrspieler, die können wir mit geschickten Pässen oder mit geschickten Fouls aus dem Spiel nehmen. Wie viele Pässe haben wir? 26 und Fouls 25. Okay. Puh, da haben wir ja echt freie Wahl. Da können wir ja alles machen. Und dann hier auch weitere Abwehrspieler. Da haben wir, ja, nehmen wir da mal zwei Fouls. Komm, wir haben ja alles da. Ist ja auch ein bisschen zu trage. So, für den nehmen wir natürlich hier Kopfbälle. Ist ja klar, weil Kopfbälle haben wir mehr als genügend. Der können wir auch noch fleißig nachproduzieren, früher oder später. Hier nehmen wir nochmal ein paar Pässe. Und dann für den Abwehrspieler hier drüben. Ah, gucke mal. Es sind ja sogar einige Leute hier. Ach ja, der kriegt einen Kopfball natürlich noch. Und auch den hier müssen wir dann mit Kopfbällen aus dem Spiel nehmen. Beziehungsweise den hier mit... Puh. Ja, mein Gott. Ein Pass. Pass hinter die Grundlinie. Oh, jetzt habe ich ihn ein bisschen übersteuert. Hier habe ich ein bisschen gepustet. Und dann die Kopfbälle damit auch der aus dem Spiel genommen ist. Also, das sollten wir auch echt hier recht entspannt durchspielen können. Weil da habe ich genügend Zeit für, das hier alles aus dem Weg zu räumen. So, das hier wird jetzt ein bisschen interessant. Da müssen wir entweder mit dem Zweikampf oder mit dem Foul den wegräumen. Wie viele Zweikämpfe haben wir denn? 16. Das ist auch genug. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht so viele Grätschen verbraten. Ähm. Was brauchen wir bei dem? Ja, da bräuchten wir Grätschen oder Zweikämpfe. Nehmen wir mal Zweikämpfe. Weil Grätschen haben wir nicht ganz so viele. Da müssen wir halt echt auch gucken. Nun können wir noch einen Pass verwenden. Logischerweise. Und hier vorne im Mittelfeldspieler noch. So, zweimal Foul für den Herrn. Und der andere wird dann mit zwei Zweikämpfen aus dem Spiel genommen. Und dann kommen wir schon hier vorne zu den Stürmern. Die war auch mit der roten Karte. Erstmal ausschalten den zumindest hier. Der hier wird auch mit der roten. Oh, da sind gleich vier. Die wir mit der roten Karte vom Feld schicken können. Für ein böses Foul. Hier nochmal zwei mit der roten Karte. Zack, zack. Na, auch der ist weg. Und dann ist noch einer da. Den schlagen wir mit einem geschickten Pass in die Tiefe. So, auch die hier natürlich ganz geschickter Pass in die Tiefe. Und dann haben wir das Viertelfinale schon gewonnen. Tataratatata. Quest abgeschlossen. Yeah. Ja, sehr geil. Ich habe das extra so ein bisschen hier aufgehoben. Von der Länge mit war gleich das Halbfinale hier dran schließen können. Und das hoffentlich auch schaffen. Und dann haben wir da gleich ein bisschen mehr. Wir sehen hier, Quest erstmal 15 Fußbälle gibt es dafür, dass wir das Viertelfinale gewonnen haben. Und wir sehen hier auch nochmal ein paar Rohstoffe, die unser Entdecker nach Hause gebracht hat. Und ja, hier nochmal eine schöne 700 EP, 250 Fußbälle. Sehr cool. Jetzt müssen wir das Halbfinale gewinnen. Das sollten wir auch noch hinkriegen, hoffe ich. Dafür haben wir auch noch genügend Rohstoffe. Also hoffe ich zumindest, dass das noch reicht, was wir da haben. Ich bin aber recht zuversichtlich. Wir haben ja doch eine ganze Menge. Abenteuer Halbfinale hat begonnen. Ihr findet es in eurem Questbuch. Wo denn? Hier ist nichts. Ah, da. Da ist das Halbfinale. Okay. Sehr gut. So. Dann wird da auch wieder gewartet, dass wir jetzt da ankommen. Und sehen auch hier die neue Quest. Wir müssen jetzt das Halbfinale irgendwie geschaffen oder schaffen oder wie auch immer. Und im Wettkampftorlager, oh, da ist auch einiges. Da sind jetzt so viele Leute. Gut. Den überwinden wir mal mit einem Haufen Kopfbällen. Elfmeter haben wir ja leider nicht mehr so viele. Da müssen wir jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen improvisieren. Aber ist ja kein Problem hier. Die restlichen 5 nehmen wir noch mit einer Finte aus dem Spiel. Und dann ist der Torwart schon mal geschafft. So. Da können wir Fouls. Ah, hier erstmal auf jeden Fall Kopfbälle. Ach so, oder eine Finte. Wie viele Kopfbälle haben wir noch? Oh, wir haben doch noch 4 Kopfbälle. Das ist nicht mehr so viel. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen. Wie viele Fouls haben wir noch? Wie viele Pässe? 16 Pässe, 19 Fouls. Nehmen wir mal einen Foul hier vorne. Und dann, ja, wird doch ein bisschen knapper. Und hier können wir auch 2 Fouls nehmen. Komm. Ist der schon mal weg? Und den hier nehmen wir dann einfach mal mit einer Finte hier außenrum raus. Oh, ist doch entspannt. Ganz gemütlich. Auch der hier wird einfach mal gefoult. Und dann als nächstes werden wir uns mal einen Sturm vorwagen. Mhm. Wollen wir gucken, was der Stürmer hier... Oh, wir haben ja mal 7 rote Karten, um den Stürmer vom Feld zu schicken. Der hat es ja schon mal gleich in sich. Und da können wir einen Zweikampf führen oder einen Foul begehen. Nehmen wir mal auch einen Foul für. Haben wir auch noch genügend für. Wir haben immer noch 17 rote Karten. Also das wird natürlich sehr lustig hier. Da wird unser Zweikampfgeschick gefordert. Hier vorne beim Mittelfeldspieler ebenfalls entweder Zweikampf oder Foulspiel. Ja, nehmen wir für den nochmal hier Foulspiel. Und weil hier drüben werden wir garantiert jetzt wieder irgendwo Zweikämpfe brauchen. Ja, hier auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja, da gehen jetzt so langsam schon die ganzen Sachen drauf. So ein bisschen. So, und auch da wurde Zweikampf angewandt. Und jetzt hier... Ach, Mensch, hier brauchen wir jetzt sowieso nochmal Zweikampf für die Herrschaften hier, die Herrschaften. So, die werden jetzt mit einem Foul rausgenommen. Wir haben auch nur noch Zweikämpfe über. Da können wir jetzt nicht mehr so viel mit machen. Da spielen nochmal zwei Pässe rein. Das ist gut. Und bei dem hier sollte auch ein Pass möglich sein. Oder erstmal ein paar Fouls. Okay. Und dann hier noch ein Pass. Ja, sehr schön. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. Also unsere Förderungen reichen echt. Sehr gut. Dann können wir hier noch ein weiteres Foul anwenden. Wir haben immer noch... Oh, jetzt haben wir nur noch zwei Fouls über. Und wir haben noch einen Haufen Pässe. Mhm. Okay. Zweikampf oder Grätsche. Komm, dann nehmen wir jetzt mal eine Grätsche. Da haben wir noch genug von. Wir haben noch massig Grätschen. Und den hier überwinden wir einfach mit ein paar schnellen Pässen. Und dann ist auch der Geschichte. Und wir haben bereits das Halbfinale abgeschlossen. Ja, Mensch. Das ging ja fix, ne? Das ging ja super. Da war dann nur noch das Finale. Das kommt jetzt irgendwann die Tage rein. Das wird dann also nächste Woche dann irgendwie von mir auch gespielt. Da muss ich jetzt auch erstmal wieder fleißig Rohstoffe für produzieren. Damit wir dann... Ja, damit wir das Finale noch abschließen können. Und... Ja, mein Gott. Aber es fehlt auch echt nur noch das Finale. Danach. Pam, 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 pam. Haben wir schon hier. Sehr gut. Ja. Ja, ich muss die Quest-Halbfinale abschließen. Das habe ich geschafft. Und ich muss die Kalendertür öffnen. Die sich dann übermorgen hier verbirgt. Genau. Am Mittwoch nämlich. Dann wird dieses Türchen geöffnet. Ja. Insofern ist das schon mal die Geschichte, die schon mal sehr schön erfüllt. Wir haben hier 300 Fußballer. Wir haben mittlerweile schon eine sehr gute Menge an Fußballer. Nämlich schon 1.800. Das reicht schon bald, um uns hier auch den erfolgreichen Entdecker zu holen. Den will ich nämlich wirklich haben. Trainingsüberstunden, genau. Und den Bolzplatz. Mein Gott, weiß ich nicht, ob ich den im Endeffekt haben will. Kloster. Braucht man nicht unbedingt. Aber die Baugenehmigungen. Die will ich auf jeden Fall haben. 5 Baugenehmigungen kann man sich leider nur einmal kaufen. Aber die wären auch ziemlich geil, wenn ich die noch irgendwie kriegen würde. Und notfalls den Rest in irgendwie so ein paar Flaggen investieren. Wenn da noch was überblübt. Oder in Mörtel. Mörtel kann auch sehr wichtig sein. Da kaufe ich mir noch eine schöne Flagge dann irgendwann. Und danach Mörtel. Wie auch immer. Aber erstmal der Entdecker. Der ist am wichtigsten. Oh, guckt mal hier. Der God of Dragons ist gerade da. Herzlich willkommen bei uns. Hallöchen. Falls du das Video siehst, kannst du mal kurz in den Kommentar Hallo schreiben. Wie auch immer. Wenn du Lust hast. So. Ich werde dir noch schnell zwei Eisenminen in Auftrag geben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hoffe es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Und wie gesagt. Wenn ihr Lust habt einzusteigen. Sehr gerne. Ihr sucht einfach noch mein Profil. Na Elgrip LP. Und dann verfügt ihr mich eurer Freundeslist hinzu. Ganz wichtig. Nur Welt Bernsteingarten bitte. Das ist Welt 3. Und dann solltet ihr mich finden können. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Dankeschön. Oh. Und danke. 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 God of Dragons für die ganze Förderung schon wieder. Fördert schon wieder ein Gebäude nach dem anderen. Das ist Wahnsinn. Ich brauche auch unbedingt dieses spezielle. Diese spezielle. Genau. Dieses Raritätenproviant Lager. Damit ich die speziellen Sachen zubereiten kann. Ich habe leider nicht genügend Trubine. Hier. Von den Edelsteinen dafür. Naja. Egal. Macht es gut. Ciao.